Montag, 12. August, 20.45 Uhr, Stadion der Freundschaft, Energie Guckbus gegen Bayern München, 1-2-3. Lina, 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 Moseach, Markil Hoppe, Jan Koch, Paul Kerman, Felix, Felix, Geisler, Ekan, Tatz, Tobias H.C., Niklas Gilder, Tobias Eisner, Dieter Radikelow, Felix Burgmann, Bayern München, Manuel Neuer, Niklas Sule, Benjamin Waffert, David Alaba, Joshua, Kimmich, Diago, Corentin Tolisso, Renato Sanchez, Robert Novodowski, Thomas Monarch, Kling, 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 Koman, Uhrzeit, 11.33 Uhr. Kling, Kaisir.